kommst du frank essen ist fertig aber ansonsten lief das sehr gut ja er ist nett etwas schüchtern aber auf eine charmante art und weise was machst du ich zähle nur kurz meine kalorien nicht so wichtig bist du ein kontroll freak nein das würde ich nicht so sagen willst du mit zu mir kommen lebst du alleine hier ich habe einen hund du sagtest du hättest ein hund keinen verdammten mann in einem hundekostüm aber behandle ihn unbedingt wie ein hund nicht wie ein menschen die welt ist ein grausamer ort in gruppensituationen tue ich mich schwer bin nicht so gut im umgang mit menschen frank musste sehr viel durchmachen und keiner war je für ihn da außer mir doch als das endete war frank der einzige der mich so mochte wie ich war ja 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 Bis zum nächsten Mal.